Moin Moin Moins Ah lecker Aus der Koro Drogerie Oder auch nicht Die müssten doch bei dir liegen ne die Giant Cores Ja sicher das Ich meine die sind doch schon achtmal aufgegessen weil sie so lecker sind Ja so Team BANGR fängt natürlich an Alter irgendwie fängst du in letzter Zeit viel zu häufig an du Ficker Und wie viele rote Würmer da einfach in dieser Kuhle stecken So Natürlich Wie man vielleicht merkt wir haben nun mittlerweile ein paar Waffen mehr Ja natürlich merkt man das Kleiner Hühnerbumser Das hat nicht so viel Schaden gemacht wie ich dachte Na gut 50 geht noch Es leckt ein bisschen bei mir aber ist egal Diesmal ohne It's John Cena Leider Wir dachten uns wir triggern das mal nicht so oft Sehr sehr leider So Ja ok Oh nein Warum Weil ich es kann Weißt du das ist auch noch der der sich heilt Du dummer Faggot Weißt schon dass der Würmer den du da hingesetzt hast eigentlich auch stirbt ne Nein Nein denn Ich lauf über Minen Nein Yeah Wir haben ja nur noch wenig Leben Der ist down ne das weißt du Nein Vergessen Alter was das so ist Ganz Ganz Hä Leute Wieso habe ich nur noch zwei Würmer Ich habe nur noch zwei Würmer Warum Wann da zwei Hast du gerade zwei weg gemacht Keine Ahnung ich glaube nicht Ich weiß es nicht Ich habe nur noch zwei Würmer Hä Was sind wir da denn reden Ich glaube der Dicke den du gerade spielst hat ihn aufgegessen oder so Ich glaube ja auch Hä Egal du nimmst es ja auch wir haben es ja auch Band Äh Ich will jetzt wissen was das ist Hm Oder was wird das? Alter, was ist das? Hä? Was tut der da? Ich weiß es nicht. LOL! Ja, Zug verschwendet. Alles klar. Wie absolut unnütz. Was ist das? Oh mein Gott. Wie absolut unnütz. Oh mein Gott. Kannst du dich bewegen? Ja sicher. Achso. No problem. Nein, nein, nein. Nein. Toll ey. Warum habe ich denn noch zwei Würmer? Wo ist denn der andere wohin? Weil du absolut dumm bist. Oh, belastend ey. Schon ein kleines bisschen. Ja, mach jetzt. Die Superdinger unten. Ja, ich habe so viel Auswahl. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Ich bin alt, Mama. Ich vermisse John Cena ein bisschen. Oh, ein Cena. Was für ein geiler Treffer. Was für ein billiger Damage. Das ist ja lächerlich. Ich habe irgendwie noch keine Angst vor dir. Das ist absolut, absolut lächerlich. Eine Massenvernichtungswaffe. Alles klar. Das ist so ein cooler, ne? Eine Benzin-Bombe. Er macht das Ding sechs Damage. Sehr. So viel Auswahl. Ach. Auf einmal. Ach, guck mal. Weißt du was? Er hat zwei Wurmen, Mann. Er will mit seinen scheiß Zielverfolgenden. Ja, ich muss ja safe gehen, dass ich dich auch treffe. Richtig. Ich fosie. Wow. Das hättest du jetzt mit einer scheiß Bazooka nicht getroffen. Ne. Du mal Lappen. Ich will ja nicht runtergehen, da brennt's. So. Der dicke Mann darf sich nicht verbrechen. Was bist du endlich? Er zürne den Zorn von Ronneberg. Ist so. Ist so. Uzi ist ja auch irgendwie gay. Ich weiß einfach nicht, was ich nehmen soll. Aber guck mal, das Feuer ist gelöscht. Dann gehe ich ja gleich mal runter. So, da ich ein Mann bin, werde ich einfach mal die Bazooka nehmen, Junge. Aber ich hab halt so starken Gegenwind. Das ist ein bisschen belastend. Oh. Was? Was? Für ein Volltreffer. Mitten in seine Frieden. Du wirst jetzt sterben, das weißt du, ne? Warum? Ich weiß nicht. Ich weiß es einfach nicht. Alter. Das ist keine Bananenbombe. Oder was? Denk ich behindert. Das macht man nicht. Alles ist absolut unfair. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dieses Geräusch alleine, ne? Oh. Oh. Verrückende Hölle. Der Zorn des Ronnebergs. Schüss. Der Zorn des Ronnebergs wird über dich kommen. Alter, er ist schon über mich gekommen, Alter. Wie so ein Pornostar. Das Problem ist, jetzt stehe ich da oben relativ behindert. Wenn ich jetzt runterfahre, bin ich durch Insta tot, ey. Ja. Die Juden. Nur 60 Schaden, alles gut. Allein nur, ey. Ja, und du hast dich schön für der Klippe wieder wegbefördert. Finde ich gut. Ja, das war so nicht geplant. Das war so nicht geplant. Nein! 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 Egal Egal, Ronneberg macht das Ich schwöre es dir, Ronneberg macht das Du triffst es eh nicht Du, pass auf Du triffst es nicht Ja Der Zorn des Ronnebergs Verdammt, Alter Vor allem hat er eine Pisser unten nur neun live Den musst du ja nur schief angucken Und der stirbt Der dicke Ronneberg guckt nicht mal dahin Aber ok Boah, kein Platz Jaaa, los Das Problem ist jetzt wenn ich Nackte Klatsche angereicht Alter, was? Nein! Jawoll! Ich unterschätze es jedes Mal Ich habe echt Schiss, dass er mit neun live noch getroffen wird Wie auch immer das sein mag Ich wollte Es anders war Ich wollte da oben in die Kuhle werfen Dann wäre der eine auf jeden Fall down gewesen Oh man Ich weiß nicht, was ich machen soll So Mach einfach irgendwas Falsches, dann habe ich gewonnen Ja, halt die Fresse Äh, äh, äh Wo ist das Jetpack? Hier sind so viele Sachen Immer da, wo es vorher auch war Ah ne, der alte Mann kann sich sowas ja nicht merken Ach, halt einfach dein Maul Ich hab nur zwei Würmer Wo bist du denn? Ohne Scheiß, ich finde es nicht Alter, auf der rechten Seite in der Mitte Habs gefunden Ach, der fetter Sack, ey Hoffentlich fehlst du ins Wasser Kein passiert! Nein! Nein! Ich hab keine Zeit mehr! Ja! So Hallo Ruckman! Du hast Hauptsache Du hast Zeit Ja Ja, natürlich Wohin fliegt? Alter, das ist ein schlechter Scherz Okay Das ist absolut ein schlechter Scherz Hannes Sei einmal fair Sei einmal kein Ficker Du bist eine dumme kleine Missgeburt Ich hasse dich Abgrundtief Nee Das sehe ich so nicht ein Er ist einfach ein dummer Lauf Mit Zwei Würmern Weißt du was? Gar kein Problem Für mich Der Zorn des Ronnebergs Halt dein Maul Mr. Pringels Los Still Timmy Conti Timmy So Ich hab es an euch gefallen Und wenn ihr den Verritten Wenn ihr meinen Murm noch gesehen habt Der mir gefehlt hat Schreibt es mal in die Kommentare Ahne rein Bis zum nächsten Mal Ciao